Wir checken heute ein brutales Fotoshooting mit brutalen Weibern, sieben Stück, zwei Fummets mittendrin, geile Karren, wir geben richtig Gas. Richtig gut, glaube ich. Mädels sehen gar nicht so schlecht aus. Scheiße! Was habe ich? Lass ihn aus! Also gut, lassen wir ihn halt aus. Schön ist er schalten. So ist es nicht. Aber ich habe schon zwei Stück bestellt. Ist das Problem. Fährt jetzt und dann braucht nicht mal einer kommt. Ja, wir sind heute hier zum Fotoshooting von Cycle Passion Kalender vom 2008er mit den Herrn Fumitsch und ein paar Mädels, die da hinten im Hintergrund geschminkt werden für uns. Und unserem kleinen Kätzchen hier. Unserem Morfea Lago, unserem Kampfstier. Und ansonsten werden wir heute versuchen, das Beste aus den Jungs zu machen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017